Das heißt aber, Asafs Leute sind hier auch irgendwo. Okay. Ich hoffe, wir fahren jetzt hier richtig in die Betthöhle. Doch, die sind voll putzig. Nein. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass... Nein, Fledermauser zählen doch nicht zum Primaten oder Lemuren. Nein. Nee, das glaube ich nicht. Das müssten Nagetiere sein. Die sind so putzig. Gerade Fledermausbabys. Die sind so süß. Soviel also zum Vorsprung. Gut erkannt. Scheiße. Leid ein ganzes Bataillon dabei. Und drin sind vielleicht noch mehr. Hey, ist doch schmeichelhaft, dass ihr uns so ernst nimmt. Wir müssen durch dieses Tor. Okay, immer mit der Ruhe. Erst müssen wir diese Clones ausschalten. Hast du einen Plan? Nee. Ja? Klar. Der Plan sieht vor. Immer Rinder. Das wird schon. Guten Tag. Bäm. So, nu. Ich muss mal aussteigen. Ja. Alter. Wo sind denn die hier alle? Jetzt sterbe ich gleich. Ich sehe das schon. Hier mal in Deckung. 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 Da. So. Auch wenn ich bunt bin, aber trotzdem. Muss ja nicht sein. Munition. Oh, ne Granate. Süß. Der schießt nach hinten. Da. So. Wo sind die hier? Da oben. Oh. Da kann ich rumschwingen. Ich geh ja schon weg. Wie viele sind denn da noch? Ach, kacke. Ich dachte, ich würde es schaffen, aber... Da darf ich nochmal. Und... Und... Ich roll da mal, ne? So. Alles, was ich von hier aus treffe kann, ist gut. Alles, was ich nicht treffe, treffe ich später. Den kann ich von hier aus nicht anvisieren. Oh, guten Tag. Danke für die Waffe. Verdammt. Geh weg. Muss hier mal nachladen. So, wo ist jetzt hier die Verstärkung? Du da oben, stirb. Haben wir es jetzt? Ich muss auf jeden Fall die Waffe wechseln. So. Rollenzoom. Yay. Ach, da oben. Ich laufe ja schon. Und lade mal im Laufen nach. Und dann mal gucken. Ha, damit habe ich nicht gerechnet. Oh. Das war ein Warnschuss. Wo denn? Hinter mir. In der Ruine drin. So, und jetzt? Irgendwo da, oder was? Da. Im Gebüsch. Hätte ich diese, diese automatische Zielanvisierung nicht. Ich würde so viele Gegner einfach nicht sehen hier. Geschafft. Läuft wie geschmiert. Ja. So, Munition mitnehmen. Nie verkehrt. Nochmal Munition mitnehmen. Und jetzt nehmen wir auch das Auto wieder mit. Und wir haben geparkt da unten. So. Aber wahrscheinlich kommen wir jetzt hier mit dem Auto nicht durch die Tür. Außer wir machen die Tür irgendwie auf. Ja. Habe ich schon gesehen. So. Hätte ich jetzt gar nicht den Wagen holen müssen, ja? Okay. Ja, dann dreh mal. Komm schon. Und weiter. Und da kommen wir auch rein. Ist ja nett. Okay. Sind wir hier richtig? Ich hoffe doch. Und höp. Ich kann durchaus Autofahren, weißt du? Ja, glaube ich. Die Westgards. Da ist ja netter Turm. Was sagt denn die Karte? Okay. Dann markier mal unterwegs. Jo. Also auf zum Turm. Das ist jetzt auch gar nicht mal so weit entfernt. Okay. Ich halte nach Asaf aus schon. Perfekt. Nicht, dass er mir große Sorgen machen würde. Sollte er aber. Wir werden ihn nicht noch einmal überraschen können. Ich glaube, er hat nicht viel von dir erwartet. Moment. War das ein Kompliment? Ja. Das klang wie ein Kompliment. Seine Männer sind Idioten. Aber Asaf. Wir müssen uns auf jeden Fall von ihm fernhalten. Okay. Wo willst du hin? Wollen wir zusammen hochklettern? Ich würde gerne, aber jemand sollte nach Asafs Männern sehen. Gute Idee. Gut. Dann muss ich hier alleine hochklettern. Ich weiß ja nur noch nicht wo und wie und wer ist Paul. Ist es noch weit? Na gut, der Turm ist ein bisschen hoch, ne? Höpp. Nicht kaputt machen. Das Ding ist alt. Das ist vielleicht eine Wertimmobilie, die man verkaufen kann. Oder halt auch nicht. So. Müssen doch schon beide oben sein. Ja, siehste. Nur noch einen Kilometer. Gefühlt. Mist. Und jetzt aber. Okay. Überall ist irgendwie was mit Elefanten hier. Oder ich sehe da ständig Elefanten drin. Ich weiß auch nicht. Kannst du da nicht irgendwie hin? Irgendwie da in die Rillen reingreifen und so? Nein. Dann springen wir halt hier weiter rum. Oh, 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 oh. Gäste auch nicht. Dann halt auf, wenn du nirgst. Da ist der Elefant. Ist da nochmal rum. Oh, hui. Das war wieder verkehrt. Mann. Frau. Wie auch immer. Okay. Also, noch einmal. Jetzt aber mit ohne sterben. So zur Abwechslung. Das war schon wieder viel zu knapp. Für meinen Geschmack. Wir sind am untersten Stück vom Seil. Dann nehmen wir jetzt hier ordentlich mal Schwung. Sie hebt schon in den Arm, dass sie eine gute Zeit im Führer so. Hey, ich kann die nächste Plattform erreichen. Jo. Aha. 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 Sagt sie jetzt, nachdem ich zweimal geschoben bin. Okay, wo ist das? Da. Da sind die Symbole. Okay. Hier haben wir noch den Bogen. Und dann haben wir noch den Dreizack. Vom Elefanten. Mal sehen, was hinter der Dreizack-Tür ist. Und noch eine Festung. Kurz hinter den Wasserfällen. Du kriegst einen Dreizack auf der Karte. Okay. So. Das heißt, wir haben jetzt hier alles, ja? Karte sagt... Jo. Wie kommen wir jetzt hier runter? Ich frage ja nur. Ich sehe nämlich keinen, keinen, keinen Weg hier irgendwie runter. Nee, ranhangen kann ich auch nicht. Wo ist das hier im Zentrum des ganzen Dingens? Ist das wichtig? Ich habe keine Ahnung. Kann ich von hier aus nicht so ein, so ein Seil an den Baum da schmeißen und... Nein? Okay. Hallo, wir haben schon ganz andere unrealistische Dinge gemacht. Gut, das war vielleicht ein bisschen over the top, aber hey. Hier können wir vielleicht raus. Was ist das denn wohl jetzt? Ein Fragezeichen. Okay. Wow. Hier kann ich runter. Eventuell. Ich weiß ja nur noch nicht so ganz wie. Oder vielleicht kann ich jetzt hier an den anderen Dingern auch runter? Jetzt kann ich an den anderen Dingern auch runter. Nein, das wollte ich nicht. Verdammt. Ich wollte eigentlich hoch. So. Jetzt sind alle Fenster offen, oder? Ach, guck mal. Jetzt habe ich hier was zum Drehen. Hä? Wo kommt denn das auf einmal her? Muss ich das verstehen? Ich bin da, wer noch? Wieso parkst du denn jetzt hier? War du vorher nicht hier, oder? Was ist das die Anstrengung, Bert? Mehr als das. Ich habe die drei Symbole gefunden. Echt jetzt? Jep. Jedes zeigt auf eine andere Festung. Dort sollten wir nachsehen. Perfekt. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir als erstes das Fragezeichen. Oder? Den Reiz an Menschen wie Assaf habe ich noch nie verstanden. Ganz einfach. Er sucht sich schwache Männer und bietet ihnen Macht. Gib ihnen eine Aufgabe. Aufgabe? Klingt für mich eher nach Verarsche. Verarsche, Aufgabe. Letztendlich ist doch alles das Gleiche. Das ist wie in die normale Berufswelt. Okay. Ach, als ob. So, ist hier die Fragezeichen? Nein. So, ein Stückchen weiter nach links hier. Das sieht auch irgendwie wie eine wichtige Tempelallage aus. Wollen wir mal eine Glocke läuten? Er visiert es ja sogar an. Weißt du, wenn ich was genau das bringen soll? Wir haben uns ausgesendet und hofft, uns aufzuhalten. Würde ich nicht tun. Was würdest du tun, wenn du Assaf wärst? Außer mich zu rasieren? Mich zurückhalten. Dich die Arbeit erledigen lassen und dir dann den Stoßzahn wegschnappen, wenn der Knochenjob erledigt ist. Hinterhält es. Da drüben, in der Klippenwand. Siehst du den Torbogen? Sieht den Takt aus. Okay. Kommst du mit? Bewegung tut gut? Hier ist Fragezeichen. Also dann, los geht's. Ich hab schon drei gedrückt, aber gut. Auch in die andere Richtung, aber gut. So. Wie? Keine Ahnung. Kannst dir hier ein Foto machen. Ich weiß ja nicht. Ich find Affen jetzt nicht so berauschend. Ich mein auch, Affen können knuffig und süß sein. Aber ich find die jetzt nicht so recht sagen oder so. Oh, oder? Was haben wir denn hier? Eine Karte? Mal sehen. Ach du Kacke. Bilde ich mir das ein oder ist das eine Karte? Wie fiel unsere Karte aus? Ah. Das notiere ich mir. Okay. Sind das lauter kleine Sammelobjekte oder was ist das? Interessant. Eine Art Höserla-Andenken. Okay. Was ist mit den Symbolen da oben? Symbole? Da ist ein Schlitz. Genau die Größe eines Andenkens. Versuchen wir es. Es hat einige Stellen auf der Karte gefüllt. Ja. Frag mich, was passiert, wenn wir alle finden. Ja, dann haben wir jetzt eine Aufgabe, ne? Wir haben eine Sammelquest quasi. Sieh dir diesen Armreif an. Muss einer ihrer Königinnen gehört haben. Ist wahrscheinlich einer der Schätze da. Hilft uns das, den Stoßzahn zu bekommen? Diese Figuren, das müssen die alten Höserla-Könige sein. Insgesamt elf. Und somit auch elf kleine Medaillendinger, ja? Okay. Gut, weiß ich Bescheid. Alles für einen kleinen Schatz. Hey. Keine Anhalter. Wir können ruhig trotzdem mitkommen. So. Gut. Und wir sprachen gerade worüber? Ach, ja. Hinterhältig. Sinnvoll. Minimiert einige Risiken. Wie gut, dass du auf meiner Seite bist. Ja. Das stimmt. Es wundert mich, dass Assaf das nicht auch so sieht. Vielleicht weiß sein Experte mehr als wir. Stimmt. Ein Grund mehr, die Sache schnell zu beenden. Frage ist ja nur, wer ist ein Experte? So, hier kommen wir bei den Glockendingen. Genau dahin, wo nochmal so eine Medaille sein soll. Münze, wie auch immer. Ich bin gleich zurück. Alles klar. Frage ist halt nur, wo. Wir haben ja mehr Glocken. Und da hinten ist so ein Gedöns ohne Glocke. Es weist auf diese Glocke. Sollen wir mal dagegen schießen? Gewalt ist keine Lösung, ja? Will mir das dann, das, das sagen? Ich habe keine Ahnung. Die haben alle einen unterschiedlichen Klang. Das ist ganz schön schrill in den Ohren, du. Hm. Ja, wer weiß. Vielleicht finde ich noch irgendwelche anderen Hinweise. Auf halt die Hinweise. Von irgendwoher. Was ich dann irgendwie mit den Glocken machen soll. Also an sich wüsste ich jetzt nicht, was ich damit tun soll. Da ist jetzt auch keine weitere Statue. Da ist nur das einer mit der Schlange. Okay, dann gehen wir einmal zu den, zu den großen Dingern da. Und dann gucken wir später nochmal, was wir hier irgendwie irgendwie tun können oder so. Mal warten.